Was geht da mir ganz schön jetzt? Willkommen zurück zu deiner Folge Wurms. Mit Jay, Christian. Jay ist überfordert. Mega stressig. Gibt es halt nur 10 Filme. Das ist so ein Witz! Warum hast du nicht einfach einen Dragon Punch genommen? Ja, keine Ahnung. Das kann nicht sein. Das ist doch ein Scherz. Alter, ist das unlucky. Oh, wie die sich durchs Wasser furzt. Jetzt nicht Pups loschen. Eins und... Alter! Unter das Wasser spült ich an. Komm schon. Warte, der bleibt da stehen. Nee, der bleibt da hängen. Du bist so geile fette Sau. Ich liebe dich. Das war zu feste. Die bauen uns nach oben, ne? Loll! Ah! Ach, Mann! Hier sie kommt zu viel. Viel zu viel. Nee, der war super! Loll! Loll! Nein! Loll, Brambeck! Nein, auf mir! Jawoll, komm! Stirm! Stirm! Bitte! Jawoll! Jetzt gehts los, Leute! Jetzt gehts los! Scheiß! Alter, 15, 14! Damit bin ich auf jeden Fall weg. 15, 14, 24! Alter, war's ein Spiel! Ich bin erst in drei Runden wieder dran, also ich ersaufe hundertprozentig. Was denn jetzt? Der Esel! Loll! 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 Boah, was ein geiler Esel, ey! Herzlichen Glück von dir! Ich hab mich so gefreut für den Esel! Wo kommt denn so eine Scheiß? Ja, komm! Ja, GZ-Projekt! Ey, das ist echt schwer! Also, das war der dritte, der dritte große Fail. Damit hast du den Sieg auch eigentlich verdient. Alter! 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 Was war das denn für eine Aktion? Oh Mann, ich hatte mir schon so einen schönen Plan überlegt! Alter! Alter! Sollen wir die Folge nochmal neu starten, bitte? Ich hatte nur drei Würmer zum Starten, das ist unfair! Alter! Alter! Dann kommt auch sein Leben nicht mehr klar! Und jetzt, weißt du, jetzt verreckt der Nächste wegen... Oh Gott, was ein Glück! Alter! Ich bin einfach so ein Lauch! Das ist der Hammer! Ja, manchmal schon! Wir haben hier an die gerade angefangen! Kann man nur so ein Lauch sein! Nein! Ja, ich wollte dann auf die andere Insel! Alter! War das geil! Ich hätte mit einem Wasserwerfer drei Würmer getötet! Ich dachte, du wolltest einfach eine Wasserbombe werfen oder so! Nee! Nee, nee, nee! Bram, nur weil das einmal geklappt hat! Ah, nee, das ist Christen! Ja! Danke, James! Ja! Moment! Ich bin Seehund! Ich kann in die Hände klatschen! Ah! 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 Oh Johnny! Johnny! Kann ich nur springen! Ahahahahahahahahaha Ahahahahahahahah! Ahah! Oh, wie behindert ihr seid! Ahahahah! Oh klar! Ja! Ist echt der behinderte Freund vor dem Herrn hier! Ahahahhahahahahhaha! Achso, ich dachte mir ist jetzt auch reingesprungen! Der benutzt jetzt seinen kleinen Wurm da um jetzt mal richtig Party zu machen Oh was? Lass die runterkullern, bitte Nein Warum hast du auch 5 Sekunden gemacht, du Vollhorn-Jetzen? Genau die Aktion, die ich schon seit 3 Spielen meine Völlige Überheblichkeit und absolute Nut Was mach ich denn jetzt? Kommst du an dem vorbei, links? Mach den weg, Alter Jawohl, Bromben Nice Nice Danke Danke Boah, ich hätte heute Abend nicht schlafen können Boah Da muss man ganz ehrlich sagen Erster geworden mit Hilfe von Brom, ja Sehr schön Das ist egal Nein Ich habe es geschafft Oh Gott Geil Ich komm mal nicht raus Ach komm schon Ach weißt du was? Ja, mach ich jetzt auch Nein, Adi Was willst du? Hahahaha 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 Ja, gg. Christian Das hatte noch viel Schönes Geil, ist mir doch Zweitermal geworden Wie geil ist das denn bitte? Man ist so ein Mogu Ja, ey Hahahaha Ich fand es witzig Jarowano crispy Hahahaha Das Spiel nervt mich gerade ungemein. Das ist ja wohl nicht normal. Was? Das ist ja wohl ein Witz. Überheblichkeit ist immer wieder schön. Ich hab das noch nicht gesehen, du Bongo, ey. Ja, salty. Oh mein Gott. Oh Mann, war das wieder voll. Oh Mann, richtig gut, ey, richtig gut. Boah, das ist wieder einfach nur ranzig. Ja, jetzt auf Bram, auf Bram. Der hat keinen Wurmwechsel mehr. Wann hat der seinen Wurmwechsel benutzt? Bram wird nämlich jetzt sterben. Dann ist Bram doch dann dran. Achso. Ah, stimmt. Boah, der stirbt nicht. Doch, der stirbt. Jay! Du bist so eine Hure. Das ist doch krass. Zwei Züge, Peter. Du lernst auch nicht mal selbst nachzudenken, oder? Stimmt, daran hab ich nicht gedacht. Daran hab ich aber auch nicht gedacht. Bitte treff nicht, bitte treff nicht, bitte treff. Bitte treff nicht. Oh, der sitzt. Nein! Verdient! Dann kriegt der Peter von mir ein Verdient. Geil. Boah, da hat der das noch echt gefunden. Ich will nicht als erstes sterben. Peter! Voll geil. Boah, was eine Runde, Alter. Oh, Scheiße. Das Spiel war für mich gelaufen. Auch so emotional eigentlich schon. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben Bram auf jeden Fall die Lufthoheit wieder abgenommen, ne? Würde ich sagen. Na, Hadi, rennt doch nicht so von deinen billigen Loserplätzen, Hadi. Wieso von meinen billigen Loserplätzen? Ich hab deinen silbernen Stern. Ich seh bei dir gar nichts. Silberner Stern ist ein Schalt. Ach, lächerlich. Du bist letzter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So.